Die Wahl ist rum, alle reden jetzt von Neuwahlen, was ist dran im politischen Berlin? Die Telefone, sie laufen die ganze Nacht schon heiß, doch Olaf Scholz, er hat was vergessen, Leute, hier, die hat er vergessen offensichtlich und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Europa hat gewählt, die Ergebnisse, sie sind teils heftig, teils eindeutig ausgefallen, in Europa haben es viele verstanden, wohin der Wind weht, was jetzt die Marschrichtung ist, doch in Deutschland, da schläft die SPD einfach weiter. Die Vertrauensfrage, sie wurde gestern schon von Carsten Linnemann, dem Generalsekretär der CDU, ins Gespräch gebracht und Kevin Kühnert hat wenige Minuten danach diese Forderung schon wieder vom Tisch geräumt. Und als allererstes müssen wir mal festhalten, um die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag als Bundeskanzler zu stellen, braucht man vor allem Koronnes. Denn es kann sein, dass man sich mit so einer Frage seinen eigenen Job entledigt oder sich seinem eigenen Job beraubt. In Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron vorgemacht, wie das geht, wenn man die Wahl verliert, hat man das Vertrauen der Bevölkerung offensichtlich verloren oder zumindest in Teilen verloren. Er kündigt die Auflösung der Nationalversammlung an und Neuwahlen bis zum 30. Juni, müsst ihr mal sehen, wie krass das ist, innerhalb von 21 Tagen wählen die ihr Parlament neu. Er bleibt natürlich erstmal Präsident, denn er ist nicht zurückgetreten, er wird regulär 2027 wieder gewählt. Doch wenn Marie Le Pen hier so abräumt, am 30. Juni, wie jetzt bei der Europawahl, dann wird sich Emmanuel Macron auch keine zwei Jahre, drei Jahre mehr halten können als Präsident. Und in Deutschland die Debatte, sie wird von der SPD schon wieder totgeredet, sie wird zerredet. Man sagt, das sei überhaupt keine Frage im Moment und da muss man sich mal die Frage stellen, Moment, gegen Hass und Hetze? Ja, das war der erste Spruch. Und auf jedem Plakat war Olaf Scholz gedruckt. Und was ist dabei herausgekommen? 13,9 Prozent. Das historisch schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten bei einer Wahl zum Europäischen Parlament. Wer schlechte Politik macht, bekommt auch einfach die Quittung dafür. Das ist nicht mehr als gerecht. Doch die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag zu stellen, was ist dafür nötig, wie schnell geht sowas und was passiert dann? Ich erkläre dir das hier in ein paar wenigen Sätzen, denn es könnte sein, dass uns das Thema bald wirklich, wirklich wieder heimsucht. Ich sage nochmal, ohne Cojones wird es sowieso keiner tun, aber vielleicht findet die ja Olaf noch. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, wenn die Vertrauensfrage im Bundestag gestellt wird und das Vertrauen entzogen wird, also keine Mehrheit für diese Vertrauensfrage zustande kommt, dann kann der Bundespräsident innerhalb von 21 Tagen das Parlament auflösen und dann innerhalb von nochmal 60 Tagen Neuwahlen anordnen. Wenn dieser Fall eintritt, dass die Vertrauensfrage verloren ist für Herrn Scholz und der Bundespräsident das Parlament auflösen muss, dann können auch die Abgeordneten einfach hingehen und in einfacher Wahl mit einfacher Mehrheit einen neuen Bundeskanzler wählen und dann ist Olaf Scholz Geschichte und das ganze Spiel geht einfach so weiter. Das ist wohl die realistischste Option für die SPD, denn wenn sie jetzt die Vertrauensfrage stellen und verlieren und sie gehen in eine Neuwahl, dann bekommt die SPD eins auf die Mütze, die Grünen bekommen eins auf die Mütze und die FDP, die hat ja schon zwei blaue Augen, die bekommen dann noch ein Schienbein geschossen und fliegen dann vermutlich aus dem Bundestag. Deswegen hat die Ampel eigentlich nur eine Möglichkeit, da sie ihre Koronis nicht dabei haben, dass man jetzt Boris Pistorius zum neuen Kanzler macht. Das ist das Einzige, was die SPD jetzt noch tun kann. Der Mann ist beliebt in der Bevölkerung, der Mann ist Minister in dieser Regierung. Sie müssen es nur Olaf erklären, dass sie Olaf jetzt auf den Scheiterhaufen der Geschichte verbannen, was auch immer er danach für eine Rolle spielen soll. Am besten gar keine mehr. Der Mann lebt fernab jeglicher Realität. Er behauptet von sich selbst, er wäre der wirtschaftsfreundliche Kanzler aller Zeiten. Deswegen hatten wir letztes Jahr 176.000 Betriebsschließungen. Nur Betriebsschließungen, keine Insolvenzen dabei, die kommen nochmal oben drauf. Olaf Scholz wird von den CEOs von deutschen Wirtschaftsunternehmen öffentlich hingestellt, als katastrophale Regierung, als Schmierentheater, als Abstiegsregierung in ein Entwicklungsland. Das sind alles nur Zitate, das sind gar nicht meine Worte. Und die SPD heute Morgen, es war eine kurze Nacht, wenn ihr so wollt, im Willy-Brandt-Haus. Die sind ja noch dabei, die Farbe runterzumachen, die man vor drei Tagen wieder an den Eingang gesprüht hatte. Da ging es wieder um Gaza. Man versucht jetzt hier, die Scherben irgendwie zusammenzukehren. Das Problem ist nur, sie haben einen Olaf bei sich sitzen, der realitätsfremd ist. Er ist wirklich realitätsfremd. Er klammert sich jetzt jedenfalls an seine Ukraine-Aufbau-Konferenz diese Woche. Er versucht ja hier, der Friedenskanzler zu sein. Also Leute, ich habe noch kein Popcorn dabei, weil es noch so früh ist. Aber das wird jetzt richtig spannend. Und die CDU, sie ist gut aufgestellt. Ja, sie sind vorbereitet. Und die AfD, sie feiert diesen Sieg. Trotz aller Knüppelschläge zwischen die Beinen freuen sie sich hier über diesen Wahlsieg. Doch die AfD sieht mal wieder die Gefahr nicht, was es heißt, wenn jetzt Neuwahlen kommen. Aber dazu kannst du auf meinem AfD-Observer-Kanal vorbeischauen. Da behandle ich das Thema etwas intensiver. Kommen wir zurück zur Situation in Deutschland. Es wird jetzt politische Schuldzuweisungen geben. Eben heute, morgen, übermorgen. Beziehungsweise morgen, übermorgen ist schon Präsident Zelensky in der Stadt. Er soll sprechen im Bundestag auf der Ukraine-Wiederaufbau-Konferenz. Und am Freitag geht es los mit den Europameisterschaften. Über die EM möchte man sich jetzt als Regierung selbstverständlich noch retten. Denn währenddem so viele Gäste im Land sind, das Parlament und die Regierung auflösen, ist wirklich, das wäre grenzenloser Wahnsinn. Aber sie könnten das machen in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause. Es ist nämlich in der K.O.-Runde der EM. Und dann könnte man hier vor der Sommerpause anfangen, das Parlament mit der Vertrauensfrage zu betrauen. Und dann würden wir irgendwann realistisch gesehen Anfang September wählen. Vielleicht mit jemandem aus dem Osten zusammen wählen. Doch, nochmal, wird das passieren in Deutschland, dass wir eine vorgezogene Neuwahl erleben. Nur wenn jemand die hier, Herrn Olaf Scholz, bringt, dann vielleicht, seine Bezüge sind sicher. Doch es ist die Macht, die den Leuten zu Kopf versteigt. Es ist der Größenwahn inzwischen, der in ihnen herrscht und regiert. Sie kapieren nicht, dass die Leute keinen Bock mehr auf sie haben. Verzieht euch, macht und geht. Die 32 Prozent, die ihr gestern gekriegt habt als Ampelparteien, ihr terrorisiert damit das ganze Land. Und eine 5-Prozent-Partei stellt den Minister, der über den Haushalt versucht, dieses Land zu knechten. Wo ich nochmal sagen muss, Leute, ich bin von der jungen Generation. Ihr macht Politik, vor allem für die ältere Generation. Wir haben vor allem ein großes Problem. Unser Land fällt auseinander. Ja, es fällt alles auseinander. Schulen, Kitas, Straßen, Schienen. Alles fällt auseinander, ja. Und dann laufen diese ganzen Zombies auf der Straße rum, ja. Diese ganzen psychisch kranken Leute auf einmal. Überall hört man Leute, die Selbstgespräche führen, ja. Die sind nicht alle nur von der Ampelregierung in den Geisteswahnzustand versetzt worden durch ihre schlechte Politik. Nein, das kommt davon, wenn man dieses Land nicht unter Kontrolle hat. Und der Kontrollverlust, der ist schon der Regierung davor passiert. Und mit dieser Regierung bekommt jetzt die Quittung dafür. Es geht den Leuten schlechter. Die Inflation steigt. Sie haben weniger Geld in der Tasche. Es gibt mehr Gewalt durch Migranten auf der Straße. Darauf haben die Leute auch keinen Bock. Ganz Europa um uns herum macht vor, wie wir die Migranten im Zaum halten. Wie wir sie auch wieder rausschmeißen. Dass weniger kommen etc. Und die Ampel macht weiter. Sie wollen weiter Afghanen einfliegen. Das Bundesaufnahmeprogramm für Ortskräfte läuft. Obwohl feststeht, dass hier Sicherheitsüberprüfungen des MAD, die damals in Afghanistan stattgefunden haben, in Deutschland irrelevant sind. Sicherheitsrisiken aus Afghanistan werden einfach importiert. Mit Steuergeldern eingeflogen nach Deutschland. Und die SPD, sie kriegt 13,9%. Die Grünen, was waren es? 11, so viel. Und sie verstehen es nicht. Sie kapieren es nicht. Und das wird am Ende das Problem sein, ob sie es überhaupt schaffen, Boris Pistorius zum Kanzler zu machen, bevor die Legislatur rum ist. Nur so hätte die SPD eine Chance, mit einem Kanzlerbonus in die nächste Bundestagswahl zu gehen. Olaf Scholz müsste man dafür beide Beine absägen. Und ob sie das machen. Ich bin gespannt, ob jemand anderes Kronis hat in der SPD. Kevin Kühnert hat gestern Abend ja den Wahlsieg der CDU zugesprochen. Beziehungsweise selbst von dem Verlieren der Wahl gesprochen. Und Verlierer müssen auch manchmal ihren Hut räumen. Ich bin gespannt auf das Scherbenlesen, das Scherbengericht, was sie jetzt im Willy-Brandt-Haus abhalten. Daran denken, dass Willy-Brandt-Haus die Parteizentrale der SPD, wo sie inzwischen Räume untervermieten an Dritte, damit sie nicht ganz so schnell pleite gehen. Es ist ein Abstieg auf Raten mit den Sozialdemokraten. Aber den haben sie sich verdient. Wer hat uns jahrzehntelang verraten? Es waren schon immer die Sozialdemokraten. Könnt ihr mal an der Geschichte zurückgehen? Egal welche Entscheidung, es waren immer die Sozialdemokraten. Doch ohne Kronis keine Vertrauensfrage. Ohne Vertrauensfrage keine Neuwahl. Das bedeutet, wir haben das ganze Schauspiel noch bis September nächstes Jahr. Außer es passieren jetzt noch weitere Dinge. Dinge bei der EM, die die Sicherheitslage in diesem Land so massiv in Frage stellen, dass die Regierung zurücktreten muss. Das halte ich noch für ein mögliches Szenario. Leider handelt es sich bei diesem Szenario um Szenario mit toten Menschen. Deswegen ist das nicht wirklich erfreulich. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das? Hat jemand hier Kronis die Vertrauensfrage zu stellen? Beziehungsweise bist du auch sicher, dass die Vertrauensfrage dann verloren gegangen würde? Und was hältst du davon, wenn sie Boris Pistorius jetzt nochmal zum Kanzler machen für 13, 14, 15 Monate und Olaf Scholz auf dem Scheiterhaufen der Geschichte abladen? Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir unbedingt einen Kommentar unter dieses Video und abonniere diesen Kanal und auch meinen Telegram-Kanal. Dann verpasst du keines meiner Videos. Damit bis bald. ...